Ja, Freunde, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig krasses Video. Mit dabei ist Anton. Moin. Und heute wird ein kleiner Junge, also Anton, das allererste Mal meinen kleinen Bruder Max treffen. Ihr habt es alle in die Kommentare geschrieben, dass Anton noch unbedingt mal Max treffen soll. Und deswegen werden wir das Ganze heute machen. Aber ich habe mir einfach mal gedacht, damit die beiden auch ein bisschen was zu tun haben. Denn ich bin später weg, werden wir jetzt heute einige richtig krasse Süßigkeiten holen. Ja, dann testen wir die zusammen. Und auch noch ein paar andere Sachen vorbereiten. Aber als allererstes holen wir Süßigkeiten. Auf geht's, Anton! Denn, Freunde, wir sind tatsächlich hier wieder in Bremen und werden heute richtig krasse Süßigkeiten kaufen. Und Anton, was hast du da eigentlich an? Übrigens, Freunde, der Merch ist natürlich ab jetzt verfügbar auf clashgames.shop. Es sind nur noch ganz, ganz wenige Pakete erhältlich. Das heißt, wenn ihr jetzt noch ein Eierkopf-Merch-Bundle haben wollt, geht schnell auf die Internetseite und gönnt euch. Es ist nicht mehr viel da. Anton, werden wir einfach mal schauen, was wir holen werden. Du bist ja hier der Experte. Max hat noch nie Takis gegessen. Ich weiß, ja. Also das Ding ist, Freunde, Max hat ein bisschen Ärger in letzter Zeit bekommen. Deswegen durfte er nicht so viele Süßigkeiten essen und hat auch noch keine Ahnung. Anton hat viel mehr Erfahrung als er. Deswegen, Anton, wir nehmen als allererstes Takis, oder? So, was noch? Ich brauche einen Korb, Alter. Hau rein, die Takis. So, was brauchen wir noch? Du bist der Experte. Ich habe eine Idee. Weißt du, was wir auf jeden Fall holen müssen? Pippas? Diese Schokobongs. Ja. Die Schokobongs sind richtig krass, Freunde. Aber die kosten auch 9 Euro. Das heißt, da müsst ihr einen guten Test von machen. Ja, da müssen wir alle essen. Aber ich habe noch eine andere Idee, was wir nehmen werden. Und zwar, wie wäre es, wenn ihr irgendwie so Popcorn oder sowas testet? So M&M's? Äh, nee, das ist Kokonuss. Nee? Hier oben, guck mal. Äh. Nee? Nee, das sieht eklig aus. Okay, was hast du noch für einen Vorschlag? Was hältst du von Pringles? Pring Pringles. So Pizza Pringles? Mit so Pizza Geschmack? Die nehmen wir auch mit. Okay, dann, das Ding ist, Anton, zu Hause habe ich noch ganz viel Prime. Gibt es auch Prime? Ja, wir haben ja schon gerade geguckt. Also es gibt hier Prime, aber es gibt nur Prime Energy. Das dürft ihr aber beide noch nicht trinken. Wie wäre es mit sowas hier? Haben wir noch nie gesehen. Du bist der Experte. Nee. Nee, nicht mitnehmen. Aber wir brauchen, also gut, Prime haben wir zu Hause. Wir können noch irgendwie ein anderes Getränk mitnehmen. Hast du noch eine Idee? Wollen wir? Explosion Bum Bum nehmen, aber nicht in weiß. Oh, guck mal, da hinten war. Oh, oh. Guck mal hier. Ah, Harry Potter Getränk. Ja, guck mal. Zeig mal. Alter, das ist richtig krass. Hier, wir nehmen beide so. Ja. Oh mein Gott, sollen wir zwei davon mitnehmen? Guck mal, das glitzert. Ja. Okay, dann hauen wir die auch nochmal mit rein. Ja. Wir brauchen noch eine Sache, Anton. Guck mal, ein iPhone. Warte, was ist das? Hä, das, warte mal, das funktioniert sogar. Guck mal, das ist so ein Lutscher. Und dabei guckt man so YouTuber. Oder man guckt Eierkopf-Merch. Gucken, wie viele noch gibt's. Alter, Freunde, ey, ihr müsst echt schnell sein. Streng limitiert. Das ist viel zu krass, der Merch. Mit Autogrammkarte. Und ihr seht, Anton sieht damit auch zehnmal krasser aus als vorher. Ja. Junge, du bist richtig krass. Okay, ich würde sagen, wir nehmen einfach die ganz normalen Standarddinger. Lass die nehmen. Das ist mit Wassermelone. Das hier sind die normalen. Die nehmen. Oder diese hier sind ultrasauer. Anton, wir nehmen ultrasauer. Ja, okay. Wir brauchen noch irgendwas mit Schoko. Lass uns doch mal irgendwas mit Oreo nehmen. Ja, Oreo, Oreo, Oreo. Glaube ich. Lol, Red Velvet. Er ist einfach so ein weißer, so ein roter Oreo. Ich müsste ihn schon testen. Oder Eiscreme. Eiscreme. Eiscreme nehmt ihr mit. Okay. Eiscreme. Eiscreme nehmt ihr noch mit. Ja. So, und dann. Und guck mal, hier gibt es Strawberry-Creme. Anton, ich glaube, das reicht. Das wird schon wieder viel zu teuer. Prime haben wir sowieso, weil das hat Max auch noch nicht getestet. Deswegen gehen wir jetzt einmal zur Kasse. Bezahlst du heute, oder? Nee, du. Scheiße. Ich hab gedacht, du bezahlst mal. Freunde, weiter geht's. Anton, was haben wir jetzt gekauft? Alles für Broll. Oh mein Gott, einfach mal. 130 Euro. 130 Euro iTunes-Karten. Einmal für Max 65 und für mich 65. Okay, ich hoffe. Und dann schaffen wir ganz viel Broll. Ich hoffe, ihr gebt das nicht dumm aus, ne? Wir doch nicht. So, Anton, wir sind jetzt bei mir zu Hause. Ja. Max ist schon da. Meine Mom hat den irgendwie vorhin hierher gebracht. Ja. Ich werde jetzt aber zu meiner Freundin fahren. Ich hab ihm gesagt, dass er mit dir einfach, keine Ahnung, ihr testet ja die Süßigkeiten, spielt ein bisschen Brawl Stars zusammen. BAM! Ich fahr jetzt wieder. Ich fühl mich nochmal ganz kurz, wie du klingelst. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Und du musst gucken, Max ist manchmal ein bisschen, du weißt ja, ein bisschen durchgedreht. Ja. Also nicht wundern. Ja. Okay, viel Spaß. Tschüss. Ich bin gespannt, ob sie sich verstehen. Boah. Wer hat denn da geklingelt? Wer bist du denn? Ich bin Anton. Bist du der, der mit Kevin die Videos manchmal macht? Ja. Soll ich den reinlassen? Wenn ja, lass Like und Abo da. Darf ich dich reinlassen? Ja. Ich hab aber ein bisschen Angst vor dir. Hallo. Hallo. Wo ist mein Bruder? Der ist gerade mit seiner Freundin unterwegs. Wir waren gerade bei Süßigkeiten und haben ganz viel gekauft. Und das essen wir jetzt. Hast du so Burger, Pommes und alles? Nee. Ach so. Okay. Gehen wir in die Küche, also ein Wohnzimmer? Ja. Boah, der ist aber krass. Das ist der Anton von Anton-Kanal. Okay, wir sparen jetzt Süßigkeiten. Da hast du ganz viele gekauft. Ja. Wie viele? Guck mal, Sokobong. Zeig mich. Ich muss das zeigen. Alter. Schmeckt das? Mach auf. Ja. Mach auf. Von Anton, was machen wir jetzt? Gibst du mich einen Bonbon? Ja. Zeig das mal. Ist das krass? Ja, es riecht krass. Wo habt ihr das her? Ist das aus Deutschland? Nee, aus Amerika, glaube ich. Wo ist Amerika? Keine Ahnung. In Süddeutschland? Hier. Gib mich eins. Ja. Wir essen gleichzeitig. Ja. Aber so auf einmal. Bist du bereit? Ja. Eins, zwei. Einmal. Einmal. Nein, das ist total. Alter, krass. Was noch? Zeig alles. Mehr. Chucky. Hast du schon mal gegessen? Nein, mein Bruder. Weißt du, ich war ganz lange nicht auf YouTube-Kanal. Mein Bruder hat gesagt, ich habe in Schule mal so schlechte Noten gemacht. Und deswegen habe ich auch kein Merch und war auch so lange nicht auf Kanal und habe auch meinen eigenen YouTube nicht mehr. Aber egal, ich darf wieder mal machen. Mein Blau-Youtube. Das ist kein Lolli. Hm? Die muss doch essen, das Chip. Nächstes. Ja. Ja. Oh, das ist alles blau. Von Anton. Mehr. Mehr, 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 mehr. Guck mal hier. Was ist das? Keine Ahnung. Sau. Das soll saure Patsches, Kids. Ist das krass? Keine Ahnung, probier mich jetzt. Kann man das auch essen? Kann man das essen? Ja. Oder trinkt man das? Das trinkt man. Nein, Spaß. Was, was isst man? Ist das Kargummi? Keine Ahnung. Ein Lollipop? Hast du schon mal Brawl Stars über Cops gespielt? Ja. Wirklich? Auch unter Wasser mit Helikopter? Nee. Guck mal. Zeig. Willst du? Noch einen. Willst du noch einen? Nein. Nee. Von Anton, das war schlimm. Das war wie wenn man 100 Bienen im Mund hat. Tipp. Willst du noch was? Ja, Alex. Ja. Meine Zunge. Magst du Chips? Meine Zunge ist blau. Ja, von Takis. Pizza Chips. Boah, ja, mach mal auf. Sind die krass? Keine Ahnung. Wie viel Euro? Sechs, glaube ich. Oder fünf. Boah, sechs Euro ist viel. Das ist fast 500 Euro. Ja. Stell dir mal vor, das ist Burger-Pommes-Chips. Eier-Kopf-Chips! Das ist krass. Was hast du noch? Ja! Mehr! Magst du Oreo? Keine Ahnung. Magst du Oreo? Keine Ahnung. Das ist ein Oreo-Eiscreme. Mit Eis? Hä? Der riecht wie Zahnpasta. Ich auch ein! Ich auch! Die schmecken wie wenn man da Zahnpasta drauf gemacht. Wir brauchen jetzt was zu trinken, oder? Ja. Guck mal! Hier! Guck mal! Guck mal hier! Das glitzert! Guck hier! Guck mal, Max! Zeig mal! Deine Kamera ist besser als meine. Das glitzert! Das sieht aus wie... Soll ich Gläser holen? Ja! Das sieht aus wie von außerirdischen Menschen gekauft. Wenn ihr wollt, dass ich mal mehr Videos mache mit meinem Bruder Abo und Like und mit Anton von Anton. Dann müsst ihr mal abonnieren und schreiben mehr mit Anton und Max, oder? Ja! Wollen wir jetzt machen? Erst rot oder orange? Ja warte, ich filme das kurz einen Moment. Erst rot oder orange? Das da! Riech mal! Boah, das riecht ein bisschen aber wie Kacka. Kannst du meinen Bruder fragen, ob ich auch Eierkopf haben kann? Ja! Alter! Alter, das ist Zaubertrank! Ja! Boah! Das ist Gift! Aber warum kaufen wir das, wenn das giftig ist? Ist doch gar nicht! Bist du dir sicher? Ja! Trinken du zuerst! Oh, riech mal! Das riecht wie Badetablette! Aber das ist dann giftig! Alter! Lecker? Richtig! Probier! Boah! Das schmeckt lecker! Wir haben da Glitzer bestimmt reingemacht! Essglitzer! Das ist das Beste bis jetzt! Und die Bonbons von Pinderschokolade! Jetzt das da! Ich muss gleich voll rübsen! Mehr, 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 mehr! Du machst zuerst wieder! Wenn Gift ist, dann du zuerst weg! Kein Gift! Sicher! Hast du wirklich getrunken? Schmeckt nach Wassereis! Ich mach auch! Jetzt noch roter rein! Boah! Ist das krass! Guck mal von oben! Zeig mal! Alter! Mach auch! Wie so ein Gift-Trankmischer! Alter! Schmeckt geil! Und? Das schmeckt nach dem blauen Gummibärchen! Ja! Ja! Was hast du noch mitgenommen von Anton? Kevin hat ein Junior kauft und dann kann der Proll zocken! Wie viel? 130 Euro! Alter, das ist so krass! Hier, du kriegst 65 und ich nehm 65! Und dann kaufen wir uns, ja? Ja! Jetzt nicht! Ja! Anton, jetzt botch das! Wir haben jetzt auf dein Account und auf mein Geld... Ey! Ich bin noch auf meinem Bruder! Warte kurz! Willkommen zurück! Boah! Ich hatte so lange Ballverbot! Alter! Guck mal Anton! Die machen meine ganzen Sachen! So was hast du in den Shop? Zeig! Gratis! Gratis! Goldener! Hä? Bei mir nicht! Hast du Creator Code Lukas? Nee! Anton! Ja! Du drückst! Ja? Ja! Kaputt! Elf! Alter! Aber der ist krass, oder? Aber ich will Eierkopf! Wir müssen erstmal Gems machen! Wir haben 65 Euro! Anton! Drei, zwei, eins! Bumm! Alter! Alter! Ich hab 1000 Cent! Ich hab 2000! Ich hab viel mehr als du! Anton, was kaufst du? Leon! Ja! Kaufst du auch? Ich hab den schon! Aber welchen soll ich kaufen? Das ist der Beste! Der da? Ja! Okay! Und drei! Drei, zwei, eins! Ich hab Leon gezogen! Alter! Ich hab den blauen! Der mit Spucke im Ohr! Ich hab den Pearl! Der hat einen Schornstein am Ohr! Wer ist der denn? Das ist Cornelius! Der sieht aus wie ein Pilz! Anton! Wollen wir zusammen Duo spielen? Ja! Wir machen eine Runde zusammen! Und wenn du gut bist, dann schick ich dir Anfrage! Aber wenn du schlecht, dann nicht! Wieso heißt du Noob? Weil mein doofer Bruder mich so genannt hat! Haha! Du heißt Maxis Kacke! Das stimmt gar nicht! Tut! Bumm! Geh weg! Du bist eh doof! Kommt der hier kaputt? Bumm! Ja! Ja! Meiner! Wir haben gewonnen, Max! Jetzt sind wir Freunde! Wenn du jetzt gewinnst, dann machen wir noch ein Video! Alter! Von Anton! Ich bin fast tot! Anton! Ah! Oh oh! Nein! 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 Mach du! Renn doch zu ihm! Anton! Wir verlieren! Haha! Ja! Kaputt! Ja! Wir haben gewonnen! Guck mal! Ich bin der beste Mann! Anton! Jetzt müssen wir aber weg! Mein Bruder kommt gleich wieder! Der darf nicht wissen, was wir alles gemacht haben! Ja! Bis gestern! Tschüss! Tschüss!